Und hier wartet so ein Vieh. Vieh ist tot. Nicht wieder ins Wasser springen, ne? Ich meine, ich wundere mich, wie... Wie gehen wir eigentlich nicht unter? Mit so viel scheiß Rüstung. Naja. Also komm, O'chendor. O'chendor hieße, oder? Habe ich das richtig in Erinnerung? O'chendor, ich werde dich töten. So wahr mein Name, Zarzazul, ist der beste Name, den es gibt. Oh, f*** dich. Kräfte Ding. Ne, der kreift da an. Wisst ihr noch letztes Mal, als der Jeep nur dumm rumgestanden ist? Uh, Elfenpfeil, uh, uh, Kerne, äh... Granatsteine, Seelenstein, joa. Krasse Pfeile, kann ich die mitnehmen? So'n Megapfeil. Macht 100 Schaden. Das wär mal was. Ich meine, die Dinger, die Dwemer, die waren winzig, ne? Behaupte doch, sie hatten... Die hatten so Komplexe. Das ist so Megadinge, ja? So, Turio, riesig. Ihre Pfeile, riesig. Die hatten doch alle nur Peniskomplexe. Also, Orkendor, du Spast. Wo bist du? Ich erinnere mich an diesen Kampf. Er war scheiße. Er hat Feuerblitz widerstanden. Ich erinnere mich jetzt, wieso der Kampf so scheiße war. Er kann sich teleportieren. Und sich heilen. Das war alles in allem ein riesen Spasti. Junge! Da, seht ihr, er heilt sich. Ich hasse, wenn sich die Gegner heilen. Wenn du nicht genug Schaden hast. Was ist das? Nein! Du bist gedowned, Junge. Du kannst dich nicht teleportieren. Fick dich. Handschuhe. Handschuhe. So mega die krassen Sachen. Dann, Handschuhe. Gut, wir haben ihn getötet. Pohendor, bitte erhöre mich. Gib mir dein Kackschild. Wo krieg ich in Ebenerzenharnisch? Ich will ein Ebenerzenharnisch. Ich will ein Ebenerzeharnisch. Hallo, Perite. Gut gemacht, Sterblicher. Alles ist in bester Ordnung. Und euch Endor streift in den Gruppen umher. Sein Verrat wird bestraft. Euer Gehorsam belohnt wird. Ich hoffe, ich muss uns von dir sein. Gegner, sucht euer Schicksal. Ich werde euch beobachten. Und vielleicht sehen wir uns wieder. Später. Habt ihr einige von ihnen am Leben gelassen? Die Befallenen sind nur die Gefäße meines Segens. Durch ihre und meine Berührung wird er auf andere übertragen. Wenn die Zeit reif ist, wird ein anderer Aufseher Orchendo ersetzen. Fürs Erste ist jedoch alles geläutert und geordnet. Und doch habt ihr euch meinem Willen unterworfen. Warum wohl? Naja dann. Verhalt die Ordnung und die unumstößliche Wahrheit Sterblicher. Lebt wohl. Hab ich ein Schild jetzt? So, so ein Gartenschild? Da, hab ich. So ein Gartenschild. 59 und 50 Gut, wieder was geschafft. Ach, ich versuche das nochmal. Mal schauen, ob das funktioniert. Wenn ja, dann dann schalten wir wieder ein. Bei Skyrim. Feste Truff. Bisher funktioniert es ganz gut. Einer ist besiegt. Und sie steht noch. Kommt, Jungs. Nächster. Geht doch. Oh, nee. Bestab. Huch. Jetzt ist er da dreimal. Junge, ich mag dich nicht. Darf ich das schon mal sagen? Ach, wird ein richtig spannender Bosskampf. Ich erspare euch das mal. Hm, welcher könnte er nur sein? Vielleicht der mit der Helfbar. Die zu niedrig ist. Er ist gedaunt. Wir schlagen ihn. Wir schlagen ihn. Wir schlagen ihn. Ha-ha. Er lebt noch. Bitte was? Am Arsch lebst du noch? Da geht doch. Auch du bist gedaunt. Der Letzte. Nee, greif sie an. Ich hasse diese ganze Rump-Teleportation. Bleib mal an Ort und Stelle. Ach, hat er das? Hat er auch meinem Schwert widerstanden? Naja, Streitkolben. Hey, Jungs. Wollt ihm jetzt... Wah, passiert gerade? Okay, gut. Jesus. Oh. 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 Oh, oh. 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 Oh, schaut euch mal an, was das kann. Hier, Gaul Duras Amulett. Wo ist es, wo ist es? Die Gaul Duras Amulett. Alles um 30 erhöhen. Ah, geil, 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 geil. Richtig geil. Huch, diese Kiste habe ich die besiegt. Tatsache, habe ich übersöhnt. Okay, was machen wir eigentlich als nächstes? Nee. Nee. Okay. Dem Spaß, die da in der Akademie. Die Akademie. Wir müssen auch noch für... Ich sage... Untote plattmachen mit seinem dummen Dings Zauber. Habe ich da eigentlich dabei? Ich sage... Wie benutze ich die denn? Wie benutze ich die denn? Okay. Na dann. So. Huch, was ist denn hier passiert? Komm, mach auf den Shit. Einfach aufmachen? Jawohl. Also, was hier passiert. Neuer Ei redet wohl nicht mehr mit mir, also. Das hat mir wirklich gefehlt, solche Reisen zu unternehmen. Die Weiten von Himmelsrand zu durchqueren, hat mein Herz stets mit Begeisterung erfüllt. Ach, sag bloß, sie hat mir in den Riesen geklopft. Wat? Wat? Oh, das ist dem Drachen begegnet. Feste Truff. Zack, zack, zack. Komm, du... du majestätisches Scheißvieh. Wir töten dich. Blutwache, hä? Ja, sieht so aus. Blut ist schon ganz heftig. Warte mal, ich helfe dir noch ein bisschen mehr zu bluten. Totes Vieh. Bäh! Dad, wir lernen, du hörst, Zeили. Z Negative. Du, kein Blut warst. Und dasher kommt drugale brechenAccontest. Zfordern aufgeführt wird. Ich merke mich das für eine kleine Aufmerksamkeit. Ich kenne mich nicht Tatsächlich, ein Drache. Wahrhaftig. Wir haben ihn gerade getötet, du Idiot. Ich guck mal, ich auf den Berg... Oh, oder ich kann das Pferd stehlen. Die haben Mammut getötet. Respekt. Komm ich hier irgendwo hoch? Nee. Okay, dann guck ich mal. Homebase, hier ist Alpha, Romeo, Delta. Nähe mich dem Ziel. Verstanden, hier Homebase. Wenn Sie das Ziel erreichen, gehen Sie rein. Verstanden, Homebase. Alpha, Romeo, Delta. Fertig. Du kannst dich wieder verpissen. Du kannst dich wieder verpissen. Tschüss. Entdeckt. Wie zum Fick hast du mich entdeckt? Naja. Nicht so wichtig. Bist nicht so der Obermods hier. Uh, Adept. Mechanicus Adeptus. Wenn ich dich treffen würde, wärst du schon lang tot. Uh, Feuertunner. Diesmal vergesse ich nicht, dass du explodiert, wenn du tot bist. Mehl ist schon da reingestürzt, ne? Und sie schlägt sich sogar relativ gut. Was, das hat Zeit? Nein, nein, nein. Du kannst mir gar nicht schnell genug sterben. Oh, das bist du mir. Huch, Entschuldigung. Es geht alles so gleicher. Au. Hauptsache die Heilungs-Aura umgebt mich noch. Oh. Ich finde nur das Bild sieht so üppisch aus, wenn sie da so... ...in Mitten Flammen kämpft. Es ist nie genug. Fragt euch nur, würdet ihr mir Gnade erweisen? Wenn nicht, erwartet nicht, dass ich euch Gnade erweise. Sie ist getaunt. Sonst geht's hier wieder gut. Dann können wir ja weiter. Was mache ich hier eigentlich? Ah ja, ich muss... ...muss... ...muss einen Stab zurückbekommen. So, so ein Stabending. Ach, ist nur in der Trubel. ...muss einen Stabend. Großer Kampf, ja. Nee. Nee, es geht nicht immer darum, riesig hineinzugehen. Warte mal, ich kenne denn die Verzauberung schon? Wo ist der Mega-Endkampf? Nee, das war nicht. Das war nicht der Mega-Endkampf. Das war ein Kack-Novize. Der lieber ne dumme Robe anhat, anstatt Rüstung, die ihn schützt. Naja. Äh, geh ich jetzt wieder tiefer rein, oder? Ja, ich geh wieder tiefer rein. Gut gemacht. Dein Orientierungssinn ist klasse. Ja. Ja.